Hi Leute, ich habe wieder ein riesen Paket bekommen, es ist ja ein sehr schwieriges Paket, Bastelkäste für die Weihnachtstage, wow, viel Spaß, danke, ich gucke mal was da drin ist, Papier, 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 gut verpackt, das ist Wahnsinn, ah, ich glaube das ist ein Barcourt Scanner, wow, ok, ein Barcourt Scanner schon mal, dann hier, ah, ein Inverter mit einer kleinen Löchstoffdöhre, die kann man heil an, super, weiter, da ist echt viel drin, das hier, was ist das, ähm, das ist eine gute Frage, sieht aus wie ein Motor, das ist, dann geht es weiter, da sind echt sehr, sehr viele Teile drin, zwei Kondensatoren, auch da sind Ökos, Ökos, Wahnsinn, dann geht es weiter, ups, sind viele Sachen, das eine ist glaube ich Starter von Werkstoff Lampe, ja, Starter von Werkstoff Lampe, ich glaube da bin ich super, es habe einen Grund, der das ist nichts, dann geht es weiter, ah, ein DiCiDiCi Converter, das ist auch, wow, wirklich schöne Bauborder, dann weiter, das sieht aus wie ein Netzteil, denke das ist ein Netzteil, ok weiter, ein LiPo Akku und hier Lithium Akkus, wow, das ist schon mal viel Papier drin, Stereo Endstufe aus Baustein aus dem Auto, wow, dann hier ein Kühlblech holen, hier, ein großes Kühlblech, ein Transistor mit zwei Transistoren, 285 und ich glaube das ist ein Netzteil, sieht doch aus genau, das ist ein Netzteil, so, die Elektronik sind auch noch ein Netzteil, hier auch noch ein Zettler drin, das habe ich dann an, Papierräder, Papier, Papier, ein Computernetzteil, super, dann weiter, Papier, Papier, was ist das, ups, mal gucken, au, das ist wow, das ist wirklich wow, damit kann man dann Maße messen, Batterie, ich denke, die Batterie werde ich dafür auftreiben, wieder zu, also was ist das, da ist etwas angepackt, oh, da ist auch eine Lampe, da ist die Lampe, toll, das hier ist wieder ein Netzteil, noch ein Computernetzteil, sehr gut sind auch die Alkursier 200 Volt 330 µF und die Drosselspur hier und die anderen Kondensatoren, ok, dann hier ein Trafo, auch toll, tolle Trafo, dann auspacken, wow, das ist nett, das ist wirklich, wirklich nett, das hier ist ein Kondensator, oder, glaube ich, ja, dann hier, ah, Transistoren, Halbleitungen, die muss ich mal austortieren, hier, also ein Dioden, Doppeldioden, ok, das sind die Schaltnetzteile gut, hier noch ein, Schaltnetzteil, genau, da mal weiter schauen, und ein Trafo, 200 Volt, 170 mAh, ah, 15 Volt, das ist ein Traffo, und da ist noch einer, noch ein Traffo, ok, und jetzt weiter, noch ein Traffo, ok, dann weiter, dann noch alles so ein Traffo, ah, eine Spule, ich denke mal die, das kommt aus dem Motor, ok, dann weiter, noch ein Traffo, das sieht aus wie ein Hochspannungs-Traffo, hier ist noch etwas dicker und da auch ein Traffo, das ist noch ein Traffo, dann weiter, Papier, ah, da sind Elkos, viele Elkos, Elektrolytkonsignisse, dann noch einmal, viele Elkos richtig groß, 15 Volt 3300 Mille, 200 Volt 680 Mille, ist auch ziemlich groß, ok, dann weiter, das ist, ah das sind gerade klein, Stecker, Pio Stecker, wow, und dann hier schönes Material, was ist das, was ist das für ein Material, was ist das, sieht aus wie Kunststoff, ich denke es ist Kunststoff, ups, ja es ist Kunststoff, ich glaube da frage ich mal nach, frage ich mal, was ist das für ein Material ist, das ist blau, dann geht es weiter, Einspritzventile Golf 4, oh das ist ja Hammer, die werden elektrisch angesteuert, so, die machen auf und so, dann hier eine Platine, ich weiß nicht was für eine Platine, es ist viele Bauteile drauf, das hier, es sieht nicht nach Skasi aus, weil es noch länger ist, dann hier noch eine Platine, mit Tantal Kondensatoren und einen kleinen E-Brom, die kann ich sogar programmieren, die kleinen E-Broms und auch löschen, wieder mit UV und mit UV-C, ok, dann weiter, Karton, Karton, ah da ein Boku schon mal, und hier eine Hülle, ah ne DVD, AFM Programmeer, ok, dann hier ein Ladeteil, für Plattespannung, 18 Volt, ok, ein Ladegerät, dann geht es weiter, hier steht auspacken drauf, ups, da ist Klebeband drauf, mal Klebeband ab, dann ist das viel, alle Lüfter mit Dauerölung, 10 bis 40 Watt, Blickdauer und Modem, ohne Treiber, das sind schon mal Lüfter, das ist warm, Lüfter, das hier scheint ein Modem zu sein, ah ein Bluetooth Stick mit externer Antenne, Netz drin, Kabel, ich glaube das packe ich in Ruhe mal aus, mach ich mal wieder rein, da ist noch was drin, ich denke mal das sind die Anleitungen, ein Skat Kabel, Lüfter, 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 dann mach ich das mal zu, dann nehme ich das im Ganzen mal raus, ups, erst mal wieder richtig zu, ups, ok, richtig zu wieder nehme ich das im Ganzen mal raus, so mal schauen was noch drin ist, also hier erst mal ein Akku, ups, der ist schwer, 12 Volt, 17 Volt, 7,2 Ah, 7,2 Ah, Blei Akku, toll, ok, hier mal an der Seite, dann hier ist, nein, das Papier, dann hier das Papier, dann hier das Papier, oh das sind noch zwei Akkus, einmal, auch nochmal, 12 Volt, 7,2 Ampere Stunden, und noch einer, ups, 12 Volt, 7,2 Ampere Stunden, dann weiter, noch ein Grafo, hier, noch ein Grafo, 2 Ampere, 2 Ampere, und ein Computernetzteil, läuft nicht mehr, vielleicht kann man das reparieren, 12 Volt, 15 Ampere, kleine Alkos-Defekt, ATX-Netzteil, ok, dann, das ist umgebaut auf 12 Volt hier, das ist toll, 12 Volt Ausgang, LED, muss ich mal gucken, vielleicht ist es ein kleiner Akku, was an dem Netzteil denn nicht so funktioniert, also warum das nicht funktioniert, ok, ich glaube das war es dann schon, es ist echt sehr sehr viel, hier ist es noch, hier sieht man die Grafos noch, und Papier, ok, Grafo, und Grafo, nehme ich auch alles raus, dass ich das Papier rausnehmen kann, dann kann ich alles mal, so, jetzt kann ich alles mal ohne Papier wieder abschlichten, und ich fange an mit den Akkus, 1, 2, ups, 3, da muss ich mich schon einmal damit befassen, so, dann die Grafos, sind schwer, ja, das sind richtig die vielen Sachen, dann ist es toll, ok, ich würde sagen, ich räume alles mal wieder ein,